Ein paar hundert Meter mussten wir zu Fuß gehen, bis wir ein Tuk-Tuk gefunden und den Preis ausverhandelt haben. Dann geht es aber los zur großen Einkaufsstraße von Goal. Beim bekannten Green Market von Goal steigen wir aus und machen uns auf unseren Rundgang. Musik In diesem Ayurveda-Laden, den wir schon von unserem letzten Besuch in Goal kennen, kaufen wir ein paar Kleinigkeiten ein. Der Laden muss sehr gut sein, denn der Andrang ist groß hier. Musik 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 Nachdem wir einiges eingekauft haben, geht es weiter. Nächste Station ist ein Schuhladen. Wir haben ja heuer vergessen, die Schuhe für Sam mitzubringen, die er sich gewünscht hat. Also schauen wir, ob wir vielleicht hier was passendes finden. Die Preise hier sind relativ hoch, aber wir finden sowieso nichts passendes. Musik Wir bummeln also weiter, vorbei an der großen Buddha-Statue. Der Lernpegel hier ist relativ hoch. Beinahe aus jedem Geschäft dröhnt hier laute Musik. Bei einem Trödler bewundern wir dieses alte Grammophon. 25.000 Rupees kostet der Grammophon. Ein Shop reiht sich an den anderen. Ob Mode oder Rucksäcke, Werkzeug, alles ist hier zu finden. Musik Bei einem kleinen Straßenhändler finden wir einen schönen Sonnenhut. Nach zehn Preisverhandlungen gehört er dann Doris. Kann er etwas tun, das passt doch eh gut. Musik Langsam meldet sich der Hunger und es wird Zeit für einen Snack. Diesen Laden kennen wir schon. Und wir wissen, dass es hier ausgezeichnet schmeckt und die Preise sehr günstig sind. One for a bit and one for a bit. Das ist Wurst und Fisch. Gut gestärkt können wir uns dann weiter auf den Weg machen. Musik Da wird man ein bisschen blöd. Ich sage, da wird man ein bisschen blöd da zwischen den zwei Musikern. Das ist ein bisschen blöd da war. Ich glaube, das macht den Пон Bier stöffmann. Das besteht aus dem vergleichen Acht. Dann auch mich erinnert sich dort aus dem vergleichen. Das war das ist Ein assessed bis zu einem langen Internet. Und die letzte Zeit an unsere fünfhörigen Zeit im Flauen. Das war das Wurst. Das war die Wurst. Das war das Wurst. Das war das Wurst und der Gäste. Das war das Wurst. Das war das Wurst. Das war das war die Zeit. Das war das Wurst. Da war das in die Grenzen. Das war das Wurst. Das war der WÖ. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So nebenbei sind wir auch noch auf der Suche nach einer Schutzfolie für unser Handy. Leider ist die Bauform hier in Südostasien anders als bei uns in Europa und es ist kein passendes zu finden. Da helfen auch die vielen Telefonate der Verkäuferin nichts. Wegen der bereits drückenden Hitze machen wir uns auf die Suche nach einem Tuk-Tuk für die Heimfahrt. Doch die Preisvorstellungen der Fahrer sind gigantisch. Bis zu 3000 Rubis werden verlangt. Geeinigt haben wir uns dann schließlich mit einem Fahrer auf 1500 Rubis. Es ist gerade Schulschluss und deswegen zieht sich die Fahrt doch ziemlich in die Länge, weil an jeder Schule die Schulbusse halten und die Mädchen und Buben in ihrer Uniform die Busse ändern. Schließlich sind wir dann aber doch zu Hause und genießen den Abend in der Villa, trotz eines kleinen Regengusses. Musik Heute grillt man uns Butterfisch und King Browns, wieder perfekt zubereitet von unseren Jungs. Chef und Hausmanager Sampat legt selbst Hand an und kümmert sich um die Würze unserer Speisen. Musik Heute ist ja unser Hochzeitstag, deswegen darf zum Abendessen der übliche Gewürztraminer nicht fehlen. Musik Alles ist zubereitet und auch Sally wartet schon darauf, dass etwas für sie abfällt. Gemeinsam genießen wir nun unser herrliches Abendessen. Musik 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 Ich denke, ich springe hier.